Hi ihr Lieben, ungewohnte Position, aber ihr wolltet es so und zwar gibt es ein neues Video mit einer LE-Zeitreise. Ich habe das im letzten Monat zum ersten Mal gemacht und war sehr gespannt auf eure Reaktionen. Einige konnten das nicht so verstehen, haben da keinen Mehrwert drin gesehen, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Deswegen habe ich euch auch um ein Feedback gebeten, aber ganz viele von euch fanden die Idee richtig cool und wollten das weitergucken. Also ein Blick in die Limited Editions der letzten vielen Jahre und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Ich drücke den Aufnahme-Button und ja, mache mich klein. Ihr wolltet mich dabei sehen. Beim letzten Mal habt ihr nur meine Stimme bekommen. Diesmal bekommt ihr Stimme und mich. Hello? Äh, ja. Wollten ganz viele mich dabei sehen. Hier bin ich. Okay, gut. Ist der Winkel eigentlich sehr unvorteilhaft. Ich glaube, es geht, ne? Naja, ihr kennt mich ja. Gut, wir kümmern uns heute um die Limited Editions der letzten Jahre aus dem Mai und fangen an. Ich würde sagen, mit 2023, da werfen wir mal einen ganz kurzen Blick hin. Da gab es gar nicht so viel. Okay, ich gehe hier wieder nur auf die klassischen Drogerie-Limited Editions näher ein, würde ich sagen. Alles andere könnt ihr hier lesen. Ihr könnt das alles nochmal nachlesen in meinem LE-Kalender aus meinem Blog. Ist unten verlinkt. Und ja, hier hatten wir im Mai nur eine wirklich neue LE und zwar von Riva Loves Me, Take Me to the Beach. Und da schwenken wir mal kurz rüber. Das ist mein Drogerie-News-Kanal auf Instagram. Da poste ich euch auch immer Infos. Und ja, diese LE fand ich wirklich sehr, sehr schön. Die hat für mich auch richtig sommerlich gewirkt. Einfach deswegen, weil die so Bronzerfarben angehaucht war. Und die war super schnell ausverkauft. Also die war sehr, sehr beliebt. Ich habe den Bronzer noch selber bekommen. Und die Lidschattenpalette habe ich über jemanden von euch bekommen. Lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Den Bronzer habe ich auch schon benutzt. Ich bin immer großer Fan von Rival-LE-Bronzern. Die Palette habe ich tatsächlich nur geswatcht bisher. Aber ich liebe diese Farbkombi. Die finde ich wirklich, wirklich ganz besonders. Und ja, da freue ich mich drauf, wenn die dann mal dran ist in meiner Schminksammlung. 2022 gab es im Mai deutlich mehr. Altera Ice Ice Baby. Ich habe jetzt hier leider kein Bild mehr dazu. Aber das war doch die mit den Lippenprodukten, die aussahen wie Eis am Stiel. Und was gab es in dieser LE noch? Also ich habe mir daraus nichts gekauft. Es war für mich nicht so interessant. Aber an diese Eisprodukte kann ich mich noch erinnern. Essence Make Beauty Fun haben wir hier. Ja, da habe ich euch einen Aufsteller fotografiert. Bei diesen Aufstellern fehlte immer die Lidschattenpalette, die es noch gab. Warum auch immer, die gab es nur online. Die habe ich mir neben dem Sponge als einziges daraus gekauft. Obwohl auch hier fand ich eigentlich diese Farben vor allem sehr, sehr schön. Beim Blush habe ich überlegt, bei diesem Blushleiter. Aber der war mir zu glitzerig irgendwie. Den Sponge mag ich sehr gerne. Und dieser Spongehalter, der steht schon seitdem ich den habe auf dem Schminktisch. Und da tue ich immer eben meine Sponges zum Trocknen rein. Finde ich super praktisch. Und die Palette, da kann ich euch auch nochmal ein Bild einblenden. Hier im Nachhinein im Schnitt. Die habe ich mir gekauft, aber habe ich mittlerweile wieder aussortiert. Weil sie mir einfach doch nicht so mega gut gefallen. Dann gab es von Essence noch eine zweite LE. Your Nails, Your Art. Daraus habe ich mir nichts gekauft. Ich kaufe mir keine Nagelprodukte mehr. Schon seit vielen Jahren nicht mehr. Aber ist ja alles immer Geschmackssache hier. So, was hatten wir noch? Revolution hat relativ viel 2020 rausgebracht. Unter anderem zu Love Island etwas. Riva Loves Me Around the World. Guck mal, das kann ich hier leider nicht mehr anklicken. Aber das war eine Nagellack LE, weiß ich. Mit so kleinen Bildchen auf den Nagellackfläschchen drauf. Das fand ich eigentlich ganz süß. Aber wie gesagt, Nagellack kaufe ich mir nicht mehr. Und Trended Up Malibu Vibes. Da gab es, weiß ich, in dieser LE einen Bronzer und einen Blush. Und ich habe mir den Bronzer auf jeden Fall gekauft. Den Blush glaube ich nicht. Bronzer, das war so ein Multicolor Bronzer. Ich gucke auch noch mal, ob ich davon ein Bild finde. 2021. Ja, auch da habe ich leider keine Previews, die ich euch einblenden kann. Aber vielleicht finde ich noch ein paar Bildchen. Catrice Clean ID. Das war, ich weiß gar nicht, ob das so richtig eine Limited Edition war. Die Produkte gab es, glaube ich, ein bisschen länger. Die gab es aber auch mehrfach. Deswegen weiß ich nicht, welche Produkte es genau jetzt in diesem Monat, in diesem Jahr gab. Overnight Beauty Aid, das war so eine Pflege LE von Catrice. Ich glaube, danach haben die nie wieder eine reine Pflege LE rausgebracht. Finde ich auch persönlich als Limited Edition nicht so schlau. Weil wenn man da ein Produkt findet, was man richtig gut findet, was die Haut richtig gut verträgt und so weiter, kann man sich das ja nicht nachkaufen. Und die LE ist ja dann schon wieder weg, bevor man das so richtig ausgetestet hat wahrscheinlich. Manche Sachen kommen dann danach ja immer noch ins Standardsortiment ein halbes Jahr später oder sowas. Aber vieles eben auch nicht. Deswegen finde ich eine Pflege LE relativ sinnbefreit. Kiko Fruit Explosion. Da habe ich mir im Nachhinein einen Highlighter draus gekauft, weiß ich. Riva Loves Me Boho Vibes. Ich meine, das war auch eine Nagellack LE. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich das irgendwo vielleicht bei Google noch finden kann. Ach, die war das. Ja, doch. Genau, okay. Boho Vibes. Die Palette hat es zum Beispiel später ins Standardsortiment geschafft. Ich habe die LE Variante gehabt, aber auch mittlerweile wieder aussortiert. Die war mir einfach nicht besonders genug. Und ich glaube, was anderes daraus hatte ich mir nicht geholt. Und dieses Blush Duo, das hat es ja auch später ins Standardsortiment geschafft, so ähnlich. Ja, stimmt. Jetzt, wo ich sehe, erinnere ich mich. Trended Up Summer Glow. Auch da muss ich mal kurz spicken. Ob ich dazu nochmal ein Bild finde. Ah, okay. Das waren diese beiden Bronzer-Produkte. Nagellacke, Lippenprodukte. Was das ist, kann ich jetzt nicht erkennen. Habe ich mir nichts draus geholt. So ein Schimmerspray noch. Oder habe ich den Bronzer geholt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Manchmal kommt man schon durch den Tüdel, ne? Gut, 2020. Dazu kann ich euch, glaube ich, auch wieder mehrere Bilder zeigen. Auch da gab es eine Clean ID LE. Aber die habe ich hier, glaube ich, nicht mit drin. Oh, die Sungasm LE von Catrice, die war cool. Die habe ich hier auch reviewed in einem Extra-Post. Ich habe mir daraus diese drei Produkte geholt. Das Schimmerspray habe ich so sehr geliebt. Oder das Fixingspray mit so ein bisschen Glow drin. Dann der Bronzer, der ist auch so ein bisschen warm. Den habe ich auch noch. Und den Highlighter habe ich auch noch. Liebe ich. Der war auch sehr, sehr schnell ausverkauft. Der war super beliebt. Ja, hier seht ihr nochmal so ein Tragebild von den Sachen. Ja, das war eine ganz tolle LE. Essence High Beauty. Da habe ich hier diesen Vorschau-Post zugemacht. Also ich, warte mal, hier seht ihr das Bild. Ja, das waren so Produkte mit Hanfextrakt drin. Und da haben sie eine LE draus gemacht. Ja, war für mich uninteressant, ehrlich gesagt. Da habe ich mir nichts draus geholt. Essence Bronze This Way. Daraus habe ich mir diese beiden Sachen geholt. Einmal diese Palette hier. Und in dieser Form waren die Essence Paletten wirklich immer sehr, sehr gut. Sehr intensiv pigmentiert. Da war auch so ein Press Glitter noch bei. Und so Foil-Effekt-Eyeshadows und halt matte Farbtöne. Wirklich sehr, sehr schön. Und ich glaube, den Bronzer habe ich nicht mehr. Hier seht ihr noch Swatches. Da seht ihr auch den Bronzer-Ton. Der war mir insgesamt, glaube ich, ein bisschen zu orangstichig. Ein bisschen zu warm. Ich meine, dass ich den aussortiert habe. Und Riva Loves Me Pastel Breeze. Da muss ich wieder googeln. Ich habe ein Bild vor Augen. Irgendwas mit so Luftballons. Kann das angehen? Ah, die LE war das. Okay, nee, da war ich gerade auf dem Holzweg. Daraus habe ich mir tatsächlich auch was gekauft. Nämlich das Setting Spray und den Bronzer. Wie gesagt, Bronzer, ein Rival-LEs. Immer eine Empfehlung wert. Aber die anderen Sachen habe ich liegen lassen. Aber die LE fand ich super schön vom Design her. Ja, richtig, richtig schön. Boah, Sarah Isabel, da sahst du noch ganz anders aus. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Aber hübsch. Sehr hübsch. Heute auch immer noch. Ist klar, ne? So, 2019 haben wir wieder Catrice. Our Heartbeat Project. Ich glaube, dazu habe ich einen Post. Das war auf jeden Fall eine reine Concealer LE. Beziehungsweise war so eine Sonderausgabe vom... Ach, da war das doch. Vom Liquid Camouflage Concealer. Nämlich, wenn man davon einen gekauft hat, ging ein Teil des Erlöses an verschiedene wohltätige Organisationen. Und ja, da gab es eben die normalen Camouflage Concealer, aber eben mit einem besonderen Design. Und daraus habe ich mir auch einen gekauft. Catrice Fix & Care Spray. Da kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich weiß, Catrice hatte mal so eine Desinfektionsmittel-Spray LE draußen, aber Fix & Care Spray LE. Ach, das waren die, diese Glasfläschchen hier. Stimmt, ja, habe ich mir nicht, habe ich mir nicht gekauft. Essence Suncent & Golden Rainbows. Haben wir hier die Vorschau. Zwei sehr schöne Bronzer. Ich habe den dunkleren, kühleren gekauft. Ich habe mir den etwas roséfarbenen, oder beide? Nee, ich glaube, den roséfarbenen Multi-Color Highlighter gekauft. Den liebe ich. Der ist in Wirklichkeit nicht so pink, wie der hier rüberkommt. Oder habe ich doch den goldenen? Nee, ich meine, ich habe den pink. Auf jeden Fall einen von den beiden. Und das ist ein großartiger Highlighter. Bronzing Drops waren noch dabei. Bronzing Water und ein Brush. Ja, das war auch eine wirklich, also eine kleine LE, ne? Aber wirklich schöne Produkte. Mac, Mac, Rival de Loupian Sweat Proof. Da suche ich euch auch nochmal vielleicht ein Bild raus. Finde ich da was? Ja, guckt mal, hier haben wir wieder die liebe Sarah Isabel. Das waren die Produkte. Das waren einfach Produkte, so extra für den Sommer, beziehungsweise fürs Sport machen. Sachen, die einfach wasserfest und schwitzfest, wischfest sind. Und Trended Up Sunburst. Da weiß ich, habe ich den Bronzer draus gekauft. Vielleicht finde ich auch hier nochmal ein Bild dazu. Ja, hier habt ihr die Produkte und hier diesen Body Bronzer habe ich gekauft. Ich weiß noch, der hatte so ein goldenes Overspray. Und ich mag das bei Produkten nicht, weil das total verfälscht. Das ist jetzt auch gerade bei der Essence Apricot LE, dass dieser Highlighter ein Glitzer-Overspray hat. Und der Highlighter an sich, wenn dieses Glitzer-Spray weg ist, also wenn man einmal das wegwischt, dann ist der bei weitem nicht mehr so glitzerig. Und ich verstehe es nicht, weil ich hätte ihn mir fast nicht gekauft, weil der mir zu glitzerig war, auf den ersten Blick. Und ja, verstehe ich nicht, warum man sowas macht. Gut, die anderen Produkte seht ihr hier, aber bei mir ist es bei diesem Bronzer geblieben. Und ich meine, auch den habe ich noch in meiner Sammlung 2018. Catrice, The Dewey Routine. Da habe ich doch bestimmt auch ein Bild dazu, oder? Damals gab es ja noch diese schönen Vorschauen, die man sich herunterladen konnte. Gibt es heute angeblich immer noch, aber ich weiß nicht, wo. Ich weiß nicht, wo ich an diese Quelle komme, dass ich diese Pressemitteilung einsehen kann. Keine Ahnung, hat mir auch noch niemand. Der diese Pressemitteilung bekommt, darauf geantwortet. Frech, oder? Okay, The Dewey Routine von Catrice. Weiß ich, da habe ich mir so ein Puder gekauft. Und zwar ist es so ein Highlighter, Dewey Puder einfach gewesen. Ich meine, ich hatte sogar die beiden linken. Und ich glaube, das mittlere habe ich auch immer noch. Hier waren so Drops. Da bin ich froh, dass ich mir die nicht gekauft habe, weil alle Drops, die ich mir jemals gekauft habe, sind eingetrocknet mittlerweile. Und von diesen The Dewe Maximizer Sticks, da hatte ich auch einen. Ich meine den mittleren, aber ich glaube, dass ich den jetzt nicht mehr habe. Aber eine coole LE auf jeden Fall und auch ganz gut durchdacht, dass das so für, ich sag mal, helle Looks, dunkle Looks und besonders kühle Looks jeweils ein Produkt aus jeder Kategorie war. Essence Adventure Awaits. Da habe ich eine Review zugeschrieben. Genau. Und zwar seht ihr hier meine Ausbeute aus der LE. Die Palette habe ich, meine ich, habe ich die aussortiert? Ich habe es auf jeden Fall überlegt. Also wenn, dann war das letztes Jahr, als ich die aussortiert habe. Also von den Farben her ist die halt wirklich gar nichts Besonderes. Es ist eine Neutral Palette. Ja, nicht besonders gut, nicht schlecht. Das Design war halt ganz süß. Ich weiß gar nicht, habe ich die noch? Gott, muss ich gleich mal nachgucken. Dann habe ich diese beiden Blushes hier, wobei ich den helleren als Highlighter verwende. Den seht ihr hier auch, oder beides seht ihr hier in der Anwendung. Wirklich sehr hübsche Produkte, auch mit dieser Prägung finde ich ganz toll. Den Bronzer habe ich auch noch, auch super schön. Den Bronzing Stick. Ich meine, dass ich ihn nicht mehr habe, weil ich damals nicht wirklich Creme-Produkte verwendet habe. Aber heute mag ich es immer lieber. Aber ich meine, dass mir der auch zu dunkel war und ich den nicht mehr habe. Heutzutage würde ich ihn wahrscheinlich behalten. Aber ich meine, ich habe ihn damals aussortiert. Und dann noch zwei Lippenstifte. Einmal diesen pinken, den seht ihr hier auch als Tragebild. Der hatte so Goldschimmer. Und dann einen ganz krassen Rot-Orange-Ton. Ich meine, dass ich beide noch habe. Und dann gibt es hier auch noch so eine Schimmer-Body-Lotion. Die hatte ich relativ lange noch. Und dann wollte ich sie mal wieder benutzen. Aber dann kam mir der Schimmer ganz unregelmäßig da raus. Und dann habe ich sie nicht weiter benutzt. Ja, nicht zu lange stehen lassen, so was, liebe Leute. Essence Ready Steady Summer. Da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Finde ich das hier? Da. Oh Gott, nee, an die kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Wir hatten Color-Changing Lip Balms. Wir hatten Trockenshampoo, okay. Ein Fixing-Puder. Ein Gym-Kit mit zwei Haargummis und einem Schweißband. Und Blotting-Paper, Nail-Polish-Spray. Ach, guck mal, das habe ich überhaupt nicht mehr auf der Pfanne. Ein Base-and-Top-Coat, ein Body-Spray und einen Tinted Moisturizer. Okay, wow. Eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Könnten die so ähnlich, denke ich mal, auch heutzutage noch rausbringen. So, dann gab es noch Neuheiten von Love. Und zwar die Love Lights Collection. Es gab DM-exklusive Produkte und es gab, ja, Sachen, die es dann auch in anderen Drogeriemärkten zu finden gab. Hier seht ihr, glaube ich, die normale Kollektion. Genau, die konnte man auch online bestellen. Eine Prismatic-Highlight-Palette, die habe ich. Die sieht ganz anders aus in echt als hier. Die habe ich aber aussortiert mittlerweile. Dann gab es noch zwei einzelne Highlighter und einen Pinsel. Ein Illuminating Primer und ein Fixing Water. Ach so, und hier haben wir die anderen Sachen. Genau, das waren die DM-exklusiven Produkte. Da gab es einen Shimmer-Broncing-Powder, einen Highlighter oder zwei, einen in so einem ganz kühlen Farbton, eine sehr, sehr kühle Highlighter Prismatic-Palette und eine Warm-Palette und ein Pinsel. Aber daraus habe ich gar nichts. So, der erste Akku ist leer. Mal sehen, wie weit wir hier kommen. Was haben wir noch in 2018? Rival de Loup Young Palm Beach. Da kann ich mich gut dran erinnern. Das war eine richtig, richtig schöne Limited Edition. Dieses Bronzing-Kit habe ich mir gekauft, mittlerweile aber aussortiert. Und dieses Rouge Blush habe ich mir gekauft. Das habe ich auch immer noch. Die Verpackung ist so schön. Und das ist auch ein wunderschönes Blush mit so Pink- und Gold-Anteil. Nagelsticker gab es noch. Bronzing Oil. Lippenprodukte, das habe ich mir aber nicht gekauft. Aber eigentlich auch eine super, super winzige LE, ne? Aber da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Die fand ich wirklich super schön. Und Rival de Loup Into the Sun haben wir hier noch. Das war eine reine Nagellack LE. Mit Pastelltönen, Rottönen. Ach so, UV-Nagellack war das. Ne, UV-Protection-Nagellack. Okay, habe ich auch nie wieder was von gehört. Von Nagellack mit UV-Filter. Kommen wir zu 2017. Was haben wir denn da schönes? Altera. Like Candy. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich bin eigentlich echt gut, mich an solche Sachen zu erinnern. Ich kann auch euch bei vielen Sachen meiner Sammlung genau sagen, wenn ihr mir ein Produkt nennt, wo ich das finde. Aber irgendwo ist halt auch mal Schicht im Schacht, ne? So, wir hatten hier Nagellacke, einen Color Correcting Highlighter, einen Bronzer, Lipglosse und Mascara und Mascara-Topper. Ah, schöne Frühlings-LE, würde ich sagen. Alverde Candy Bar. Das hört sich ja fast ähnlich an, haben die voneinander abgeguckt. Lippenstifte, verschiedene Lippen-Topcoats. Duo-Lidschatten. Mousse-Blushes. Aha. Masken. Und eine Handcreme. Ah. Okay, habe ich auch. Doch, an das Bild kann ich mich tatsächlich erinnern, aber irgendwie an die Produkte nicht. Catrice. Provo Catrice. Hier haben wir es. Da gab es ein Lidschattenquattro, einen Blush, den ich hatte, aber glaube ich nicht mehr habe, weil er mir zu pink ist. Gab es sogar in zwei verschiedenen Tönen. Ein Wimpern-Primer sozusagen. Powder-Lips. Ein Puder, Körperpuder. Und verschiedene Nagellacke. Ich glaube, daraus habe ich mir auch einen gekauft. Damals hatte ich noch Nagellacke gekauft. Essence. Next Stop Summer. Da gab es eine Palette in so Jeansfarben, würde ich fast sagen. Und ein Bronzing-Spray. Lip-Conditioner. Color-Changing-Lipstick. Blotting-Paper. Was ist das? Kofferanhänger. Und auch Nagellacke. Einen Topcoat. Nagellack-Halter. Auch sowas, was man glaube ich nicht braucht. Und Nagelsticker. Habe ich mir nichts draus gekauft. P2. Wir haben hier wieder P2. Ja, bis dahin gab es noch P2. Kelly Vibes. Nagellacke gab es. Auch hier so ein Halter. Let's get smooth Mud Cream. Ach so, so ein Primer. Und Gleam Cream. Ach so, ja. Ich würde aber sagen, das sind Grundlage fürs weitere Make-up. Ein Blending-Sponge. Oh mein Gott. Der sieht ja witzig aus mit so einem Griff. Okay. Das Herz. Da kann ich mich dran erinnern. Das habe ich nämlich auch noch. Gab es auch als Lidschatten. Und dann gab es noch bunte Mascaras. Augenbrauengele. Lippenstifte und Lip Liner. Ja, da habe ich aber nur das Blush draus gekauft. Und Trended Up Cool Breeze. Da könnt ihr sehen, was ich daraus hatte. Und ich glaube, dass ich mittlerweile gar nichts mehr daraus habe. Also die Nagellacke vielleicht irgendwo auf dem Dachboden bestimmt. Aber ich meine, sonst habe ich mittlerweile alles aussortiert. Weil es war irgendwie nicht so meins. Diese Bronzer Blush, die waren so sehr soft. Das waren nicht so meine Farben. Das Quattro mochte ich wegen dieser dunkleren Farbe eine Zeit lang total gerne. Aber ja, die restlichen Farben sind so soft. Warte mal, ihr seht das hier. Guckt mal hier die Nagellacke. Da habe ich so fleißig noch Nagellacke tragen. Hier seht ihr, wie soft das Augenmakeup damit war. Und hier nochmal die Lippenstifte und die sehr, sehr soften Tarmprodukte. So, weiter als 2017 kann ich hier bei diesem Überblick nicht zurück. Aber ich habe noch die Posts hier. Da muss ich einmal weiterklicken. Wir haben hier einmal Rival de Loup Rosy Days Limited Edition. Da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Aber da seht ihr, wie... Ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich es empfinde. Hässlich damals noch das Rival de Loup Design war. Also da haben sie sich doch sehr, sehr gemausert. Dann hatten wir eine ganz tolle LE von P2, Secret Splendor. Da hatte ich einiges draus. Da hatte ich auf jeden Fall das Puder. Das habe ich leer gemacht oder so gut wie leer. Auf jeden Fall sehr, sehr häufig verwendet. Was hatte ich daraus noch? Einen, nee, zwei sogar der Foil Eyeshadows. Ich meine, dass ich den goldenen noch habe, aber den grünen nicht mehr. Dann hatte ich mir auch einen dieser farbigen Eyeliner gekauft. Aber die habe ich dann irgendwann wieder aussortiert. Farbige Eyeliner trage ich eigentlich nicht. Ihr wisst, schwarz ist das einzig Wahre. Ich glaube, dass ich auch so einen Mascara-Topper hatte. Aber auch das war einfach nur Spielerei. Habe ich nicht wirklich benutzt. Nagellacke gab es und Nagelsticker. Hatte ich nicht noch mehr davon? Kann sein, dass ich noch einen Lipgloss hatte. Dann gab es von Essence die Juice It. Mit Trend Edition. Da hatten wir Jelly-Tint-Lipsticks und Lip-Liner dazu. Einen Lip-Smoothie als... Ist das ein Apfel oder eine Kirsche? Berry Cherry, eine Kirsche. Sehr süße Optik. Das würde heutzutage wahrscheinlich wieder so ein Produkt sein, was super schnell ausverkauft ist. Dann hatten wir zwei Ball-Blushes. Die sind... Also die hatte ich nicht, aber ich hatte, glaube ich, zwei verschiedene dieser Art Blushes. Und die sind mir super schnell eingetrocknet. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum es die jetzt mittlerweile nicht mehr gibt oder auch nur kurz gab. Nagellacke, Nagelsticker und ein Parfüm-Eau de Toilette. Gab es öfter mal in Essence-L.E.s früher. Gibt es heute nicht mehr. Und ein Detangle-Brush in Form einer Wassermelone. Auch total süß. Dann gab es noch eine Trended-Up-L.E. Summer Rush. Trended-Up hat damals sehr regelmäßig noch L.E.s rausgebracht, die auch teilweise wirklich ganz spannend waren. Wir hatten hier Monolidschatten, farbige Eyeliner und Mascaras, Lipglosse und... Oh gut, die L.E. ist jetzt vielleicht weniger spannend. Und Nagellacke. Weiß ich nicht, ob ich mir daraus was gekauft habe. Glaube eher nicht. Und dann gab es hier noch so eine Sommer-L.E. von P2. Wenn ihr so lange im Game seid wie ich und P2 noch kennt, die Sommer-L.E.s waren immer das Beste. Das waren immer die besten L.E.s des Jahres. Auf jeden Fall unter den Top 3. Die gab es relativ lange. Guck mal hier, von Ende April bis Ende Juli. Ich nehme das jetzt mal hier mit ins Video, bevor es im nächsten Video untergeht. Ja, Sunshine Goddess. Es gab Blotting Paper. Es gab einen Brush. Ich habe dieses Bronzer-Powder gekauft. Das habe ich auch noch. Einen Bronzing-Highlighter gab es und einen Body-Bronzer. Ich meine, ich hatte nur dieses erste Powder Dust. Das Blush hatte ich. Aber es gab zwei Blushes. Hä? Wieso ist hier nur das eine? Aber hier stehen zwei. Okay, ich hatte scheinbar nur ein Bild. Ich habe mir beide Blushes geholt und die habe ich auch noch und die liebe ich. Dann gab es hier so einen Contour-and-Bronzer-Stick. Arganöl, Schimmeröl, Creme-Lidschatten, bunte Mascaras, Lippenöl. Ich glaube, ich hatte auch, ja, ich hatte auch einen von diesen Swirl-Lipglossen. Und Nagellacke gab es natürlich auch. So wie Nagelfolien. Ach, guck mal an, die sind ja momentan auch richtig im Trend. Und noch einen Armschmuck. Ja, 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 ja. Die waren immer toll, die L.E.s. Haben wir noch mehr gehabt in diesem Jahr? Ja, Catrice Body-Tattoos gab es noch. Das war so eine extra L.E. in so einem Extra-Aufsteller in Gold und Silber und drei verschiedenen Designs. Catrice Networks L.E. gab es noch. Die sieht doch sehr ähnlich aus wie im letzten Video. Diese Haute Futur L.E. So ein bisschen spacey. Wir hatten drei Lidschatten, einen Loose-Powder, einen Lip-Balm, Soft-Touch-Blush, einen Pinsel und so Pastell-Nagellacke und Nagelsticker. Daraus habe ich mir nichts gekauft. Ich glaube, die L.E. ehrlich gesagt, habe ich die, glaube ich, nie entdeckt. Sonst hätte ich mir wahrscheinlich Splash mitgenommen, so wie ich mich kenne. Das war es auf jeden Fall mit 2016. Ich gucke mal, ob ich hier noch weiter zurückgehen kann. Ich glaube schon. Warum ist es hier eigentlich so dunkel? Weil wir Gegenlicht haben, Nina. Weil wir Gegenlicht haben. War ich die ganze Zeit zu dunkel? Dann tut es mir leid. So, hier fangen wir an. Rival de Lupiang Welcome to Miami. Das war eine L.E. mit Nagellacken. Namaskara. So ein Bronzing-Puder mit so einem furchtbaren Pinsel. Also, wenn der nicht schon kratzig aussieht auf dem Bild, weiß ich auch nicht. Lipgloss und so einem Armband. Dann P2 Culture Spirit. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich hatte einen der beiden Blushes. Ich meine den dunkleren, aber den habe ich aussortiert, weil der mir wirklich zu dunkel war. Es gab so einen richtig krass goldenen Highlighter. Und so auch richtig bunt aussehende Lidschatten. Kohlkajale in bunt. Fine-Line-Nagellacke und normale bunte Nagellacke und solche Marble-Lippenstifte. Davon habe ich noch einen. Nagelfolien und eine Kette und ein Armreif. Auch hier die P2 Sommer LE. Die nannte sich 2015 Beauty Ghost Safari. Auch die war toll. Was habe ich da raus? Ich hatte dieses Loose Powder. Das war mir aber zu warm oder zu dunkel. Kam ich nicht gut mit klar. Ich habe immer noch den Face Bronzer in so einer Giraffen-Muster-Optik. Super, super schön. Kabuki gab das. Hier auch so ein Loose Powder mit so einem kratzen Pinsel. Bronzing-Sticks gab es damals. Und eins oder, nee, ich glaube zwei, beide von den Blushes, von den Blush-Duos habe ich. Ich hatte, und ich meine, ich habe auch immer noch eines der Glidschatten-Duos. Und zwar dieses mit dem Violett-Ton. Auch sehr, sehr schön. Farbige Mascaras, Lipglosse, Lippenstifte. Daraus habe ich auch noch einen. Denn Face Bronzer hatten wir denn nicht eben schon? Doch, hä? Warum habe ich den denn jetzt zweimal? Weiß auch kein Mensch. Egal. Ach so, einmal Face und einmal Body Bronzer wahrscheinlich. Aber hier steht Face Bronzer. Ist ja auch egal, ich habe den Face Bronzer. Dann haben wir auch hier so Body-Tattoos und Nagellacke und ein Body-Öl. So, was haben denn Essence und Catrice eigentlich gemacht? Siehst du, Catrice Caviar Gouche. Ja, ach, die Palette. Die habe ich vor kurzem aussortiert. Ich mochte die eigentlich echt gerne. Also diese Box war super schön. Die wurde mir, glaube ich, auch zugeschickt. Oder habe ich mir die selber gekauft? Oh, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall eine super schöne Box. Auch super schöne Farben. Aber die waren, ihr könnt es euch vorstellen, so, also fast unsichtbar auf dem Gesicht. Ja, dann gab es noch Lipglosse. Es gab noch diese Puderperlen, die ich einfach nicht verstehe. Und sehr hübsche Nagellacke. Davon hatte ich auch, glaube ich, einen. Es gab auch noch eine zweite Catrice LE. Nomadic Traces. Davon hatte ich einen, ich glaube, den linken. Der Monolith-Schatten habe ich aber aussortiert mittlerweile. Den Bronzer habe ich noch. Eyeliner-Pants gab es in Braun und Blau. Sehr schöne Farben. Einen Tattoo-Pant zum Unendlichkeitszeichen. Oh mein Gott. Ja. So Lippenstifte in Matt und Nagellacke wieder. Auch eine hübsche LE, finde ich. Und von Essence gab es die Hashtag Secret Party LE. Da gab es auch zwei Monolith-Schatten in sehr hübschen Farben. Habe ich daraus nicht sogar einen gehabt. Den Türkisen, glaube ich. Das Bronzing-Powder habe ich nicht gehabt. Aber hätte ich mir eigentlich locker gekauft heutzutage mit diesen Flip-Flops. Drauf finde ich ja super witzig. Lipgloss in Kabuki und bunte Nagellacke gab es. Einen Blush. Ich meine, dass ich den gekauft habe, aber schnell wieder aussortiert habe, weil mir die Farbe nicht gefallen hat. Einen Bodyspray gab es. Das ist eine Tasche und so Aufkleber für die Gläser. Ich gucke jetzt nochmal, ob ich noch weiter zurück kann. 2014. Gibt es hier auch noch was her auf meinem Blog? Ja, sieht fast so aus. Ja. Wir hatten die Rival de Loupian Color Breeze LE. Oh, das ist echt. Oder habe ich euch die letztes Mal gezeigt? Kann auch sein. Dieses Bild alleine, ne? Wird heutzutage nicht mehr passieren. Wir hatten die Essence Viva Brasil LE 2014. Brasilien. Klingelt da was? Oh mein Gott. Ah, das war so schön. Das war so schön. Ja, ich habe mir, ich glaube, den pinken Blush geholt, aber auch wieder aussortiert aufgrund der Farbe. Ich mag so krass pinke Blushes einfach nicht mehr. Drei Lidschatten gab es. Lip Balms. Eye & Hair Mascara. Ich glaube, habe ich mir sogar alle gekauft und so gut wie nie benutzt. Ich meine schon. Nagellacke in sehr bunten Farben und ein Armband. Set sowie Ringe, die man sich mit Nagellacken selber gestalten konnte. Und hier nochmal so Glitterpuder. Konnte man auch für die Nägel oder eben für diese Ringe benutzen. Essence Beach Cruisers gab es noch. Mit drei Monolidschatten. Zwei Liquid Eyelinern. Ich meine, doch ja, ich hatte den bronzefarbenen, aber auch nicht so häufig benutzt. Bronzing Powder. Das sieht da sehr dunkel aus. Ich habe es mir auf jeden Fall nicht gekauft. Heutzutage würde ich es mir wahrscheinlich kaufen. Zwei Lipglosse in so Tuben. Nagellacke natürlich wieder mit so einem Sand-Effekt. Body Spray gab es. Das habe ich mir, meine ich, gekauft. Ein Waterproof Mascara Top Coat. Also der, den ihr über eine normale Mascara machen könnt. Und der die Farbe dann quasi versiegelt. Den Blush habe ich mir damals gekauft. Ich glaube, dass ich ihn noch habe. Und eine Wet Bikini Bag. Das finde ich auch super praktisch. Kann man einfach seine nassen Badesachen reintun. Und muss die nicht ins Handtuch wickeln. Und dann wird das Handtuch mit Klitsche nass. Und dann wird die ganze Tasche Klitsche nass. Ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Hatte Catrice da gar keine LE. Das wundert mich gerade total. Aber ne, von Catrice habe ich hier nix. Okay, ich glaube, noch weiter zurück konnte ich nicht wirklich, oder? 2013? Doch, tatsächlich. Warte, 2013 kann ich euch auch noch zeigen. Wir hatten Catrice Hip Trip LE. Das war wirklich meine super Anfangszeit, was LEs betrifft. Da habe ich mir noch nicht wirklich viel daraus gekauft. Und ich meine, dass ich diese LE selber nicht gefunden habe. Ich weiß aber, dass ich irgendwann später diesen Blush in dieser Tube hier bekommen hatte. Den habe ich aber irgendwann wieder aussortiert. Ich weiß gar nicht, ob der mir schlecht geworden ist oder ob ich die Farbe nicht mehr mochte. Ich glaube, die Lidschattenpalette hatte ich auch mal kurz. Also die hatte ich, glaube ich, mal in der Hand, aber auch nicht behalten. Lippenprodukte, ein Reisepass, Etui und Nagellacke. Von Essence gab es die Guerilla Gardening LE. Ich glaube, da wurde mir was daraus zugeschickt, bin ich der Meinung. Ich hatte auf jeden Fall beide Lip Creams. Ich glaube sogar, dass ich beide auch noch habe. Ich hatte eine Augenbrauenmascara, die ich aber zu dem Zeitpunkt nicht wirklich benutzt habe. Also das Produkt an sich nicht. Ich hatte, glaube ich, beide Cream to Powder Blushes und habe sie aber, glaube ich, beide nicht mehr. Ich mag Creme Blushes. Also es macht schon Sinn, warum die heutzutage häufiger in Tübchen verkauft werden und nicht so, weil die so anfällig für Staub und Fussel sind. Das ist wirklich der Wahnsinn. Auch wenn die geschlossen sind, gefühlt kommt da trotzdem Staub rein. Und dann sehen die halt echt nicht mehr so schön aus. Lidschatten gab es. Nail Art. Haargummis. Nail Effect Powder. Davon hatte ich, glaube ich, das Pinke. Wenn mich nicht alles täuscht. Und hier so knallige. Nagellacke. Ah, und jetzt sind wir am Ende. Okay. Weitere Informationen habe ich nicht. Weiter zurückblicken kann ich nicht. Aber ich glaube, wir haben wieder 47 Minuten aufgenommen. 48 jetzt. Ich schneide das. Ich kann ein bisschen runter. Ja, schreibt mir super gerne in die Kommentare, welche L.E.s ihr besonders mochtet von denen, die ich euch heute gezeigt habe. Wie lange seid ihr schon dabei? Seit wann? Also was war die älteste L.E., an die ihr euch hier heute erinnern konntet? Und, ähm, ja. Schreibt einfach, was euch dazu einfällt. Ist immer gut. Liebe Kommentare. Hilft mir immer sehr. Und ich lese sie auf jeden Fall auch immer durch. Versuche sie auch immer irgendwie zu reakten. Also drauf zu reakten. Gott. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Okay. Dann war's das für heute, ihr Lieben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Reinklicken, fürs Zuschauen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.